Einen wunderbaren schönen guten Abend, mein lieber Peter. Ich freue mich wieder mit dir, mit Ihnen, jetzt von dem Thron der Gnade, Gott danken, Gott ehren. Er ist ein guter Vater. Er ist ein guter Vater für alle, die heute Kinder heißen auf dieser Erde. Er hat uns so sehr lieb. Er hat seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Und wir beten diesen Gott an, der uns hört, der alle Zeit ein offenes Ohr für uns hat, für seine Kinder. Und darum ist es so schön, ist es so einfach, so leicht, zu diesem Gott zu beten, weil er uns hört. Wenn wir auch manchmal denken, er hört uns nicht, hat er uns mal, oder hat er mein Gebet gehört? Doch, er hat ein Gebet gehört. Er weiß, wie es dir gerade geht. Er weiß, was du gerade durchgehst. Er weiß, um dich voll. Und er will dir helfen. Er will dich segnen, weil er ein guter Vater ist. Und das hat auch damals Paulus erkannt, als er diesen Brief an die Epheser geschrieben hat. Und er wusste, wer dieser Gott für ihn ist. Er erkannte in diesem Gott einen liebevollen Vater. Und darum schreibt er in Kapitel 3, Abvers 14 bis 16, er sagte, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestürzt zu werden an dem inneren Menschen. Und heute will ich gerne für die Menschen beten, oder wollen wir gerne für die Menschen beten, die heute müde geworden sind, die heute kraftlos geworden sind, die heute in Zweifel vielleicht leben und wissen nicht, wie es morgen mit ihnen weiter sein wird. Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Und er will jedem, der gestrauchelt sich hat, oder der vielleicht nicht mehr weiter weiß, der keine Kraft mehr hat, zu kämpfen, er will gerade da den Schwachen helfen, den Müden sich stärken, die Kranken heilen. Und so ist unser Gott, er ist dabei, uns zu segnen, uns zu helfen. Und darum wollen wir beten für die Menschen, die heute so dringend die Hilfe von oben brauchen. Danke, Vater, dass wir kommen dürfen zu dir und du hörst unser Gebet. Und wir beten heute für die Menschen, die heute vielleicht alleine sind, verlassen von allen und keinen Halt mehr haben, keine Zuversicht, keine Hoffnung, die sind resigniert, die sind gemobbt und die wissen nicht, was sie morgen tun sollen in der kommenden Woche. Aber du bist ein Gott, der immer einen Ausweg hat, der aus jeder Sackgasse eine Autobahn baut. Für dich ist es kein Problem, übernatürlich zu wirken. Du bist ein Gott, der heute alles gut macht. Darum danken wir dir, Vater. Wir beten, dass die Menschen heute neuen Mut bekommen. Wir beten, dass sie eine neue Kraft bekommen. Wir beten, dass sie aufstehen und dass sie in deiner Kraft gehen. Wenn sie auch resigniert sind, wenn sie hoffnungslos sind. Vater, ich bete, dass sie heute Abend wieder neue Hoffnung bekommen. Sprich du zu ihnen, durch dein Wort, durch die Träume, durch Visionen, durch Bilder. Wie auch immer du tust, wie auch immer du zu denen reden wirst, du bist gut, Vater. Und du hast immer einen Weg für sie. Danke, Vater, dass wir vor dir stehen dürfen und du herrschst unsere Gebete. Wir segnen die Menschen, wir segnen deine Kinder, wir segnen die Christenheit weltweit, Jesus. Wir segnen die Christenheit in unserem Land, in unseren Städten, in unseren Dörfern. Dort, wo die Menschen müde sind, dort, wo die Menschen nicht mehr weiter wissen, Dort, wo sie in die Gemeinde nicht mehr gehen, weil sie die Dinge nicht verstehen. Vater, wir beten, dass die Kinder, deine Kinder aufstehen. Dass sie Mut bekommen zu kämpfen, dass sie Mut bekommen weiterzugehen. Dass sie Mut bekommen, nicht aufzugeben, sondern weitergehen. Nur die überwinter wird eines Tages der Himmel erwarten. Danke, Jesus. Wir freuen uns deiner. Wir freuen uns deiner Liebe, dass du uns angenommen hast und dass du jeden jetzt segnest. Wir danken dir von Herzen, dass du so liebevoll zu uns jetzt herabschaust und jeden Einzelnen in deine Liebe einhüllst. Und danke, Herr, von ganzem Herzen dafür. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet, meine Lieben. Lasst uns weiterbieten und lasst uns Großes von unserem Gott erwarten. Er ist gut. Bis morgen Abend. Seid gesegnet. Shalom Gottes. альным накoppte. Mediz watt apresent Kurdish. Am 0. Am 0. Am 0. țemplar.